Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Wenn man nicht arbeiten muss, weil der Chef am Vortag zu viel getrunken hat. Ich, 27, selbstständig. Männer kennen nur 5 Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau und Schwarz. Seit Frauen in der Mode arbeiten, gibt es 256 Millionen Farben. Unter anderem Latte Macchiato, Mocha, Aubergine, Lachs, Pflaume. Lieber Dringler hinter mir an meiner Stoßstange. Ich bin ein Vater, ich habe jahrelang gelernt, Quengeln zu ignorieren. Ich bin so alt, wir kannten damals das Wort Bildungsfern noch überhaupt nicht. Wir mussten doch sagen, du bist doof wie 3 Meter Feldweg. Dating über 30 ist wie ein Secondhand-Laden. Man hofft einen Teil zu finden, das noch nicht vollkommen abgegriffen ist und noch nicht stinkt. Spanisch ist eine geile Sprache. Auf Deutsch bin ich nur der Lauch. Aber auf Spanisch bin ich El Pueblo. Wenn man jeden Tag seine viel zu junge Freundin besucht, dann kann man die Fahrtkosten von der Steuer absetzen. Ist dann die Wendlerpauschale. Und dann hat die Wodkaflasche zu mir gesagt, dass ich mir mit einer stumpfen Schere die Harder schneiden soll. Nachdem auf der Autobahn so gut wie niemand mehr die rechte Spur benutzt, hatten das Verkehrsministerium und der Bund entschieden, diese abzureißen und eine zweite Linke zu bauen. Ey, ich bin so unmotiviert, ich könnte mich heute verbeamten lassen. Wenn ihr mich jemals joggen seht, dann tötet bitte alles, was mich verfolgt. Ich stehe nackt vorm Kühlschrank und fresse Schablettenkäse direkt aus der Verpackung. Ich glaube, ich möchte das beruflich machen. Ich fange jetzt mit meiner dritten Million an. Die ersten beiden haben leider nicht geklappt. Jüdisch für Anfänger. Schalom. Friede. El Schalom. El Friede. Mein Name ist Armin. So wie in Köttbola Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich glaube, ich sollte mal wieder anfangen zu saugen. Meine Milben fangen schon wieder an, Staubmänner zu bauen. Wisst ihr, warum Frauen immer so gut riechen? Na, wegen der Orangenhaut. Ich dachte mir letztens, eine Delfin-Therapie wäre doch etwas für mich. Erst die Kassenleistung und dann den Kontostand geprüft und danach eine Dose Thumpfisch in die Badewanne geworfen. Eine Freundin interessiert sich zur Zeit für meinen besten Freund und fragt mich um Rat, was sie ihm schreiben könnte. Er fragt mich um Rat, was er antworten könnte. Fazit. Ich schreibe seit 30 Minuten mit mir selbst. Saturn hat auch einen Ring um den Bauch und ist wunderschübsch. Ein besseres Argument für einen Stock Kuchen gibt es nicht. Wir haben ihn alle sehr geliebt und geschätzt. Nur seine Witze und Streiche gingen manchmal zu weit. Und ich liege gerade nervös in meinem Sarg. Tipp. Wenn dein Tinder-Date dich zu sich nach Hause einlädt, ins Bett bringt und die Handschellen herausholt, dann ist das Transplantationsteam und der Organhändler nicht mehr weit weg. Ich habe meinen Rasenmäheroboter jetzt mit Bauschaum und weißer Farbe in ein kleines Schaf verwandelt. Ich kann den Frühling gar nicht mehr abwarten. Binden und Tampons bleiben trotz der Steuersenkung gleich teuer. Die Konten der Hersteller sind damit auch sorgfähiger geworden. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann denke ich immer, wow, du bist perfekt. Oh, Licht war aus, Moment. Like und abonniere, YouTuber. Like und abonniere, YouTuber.